Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sportvlog. Heute wieder Jogging angesagt. Ich bin gerade schon spät. Schon fast 21 Uhr. Es wird gleich dunkel. So lange gehe ich aber heute nicht. Ich habe den ganzen Tag keine Zeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber eine halbe Stunde muss ich noch. Meine guten, schnellen fünf Kilometer mache ich jetzt. Weiter geht es nach dem Intro. Ich habe jetzt schon einen guten Kilometer. Ich werde heute auch nicht viel machen. In der Dunkelheit habe ich keine Lust zu laufen. Hier im Feld ist keine Laterne oder so ein Kram. Und es reicht auch. Ich muss nicht jeden Tag viel machen. Jeden Tag ein bisschen wäre zu wenig. Aber ab und zu, ab und zu ein bisschen und dann und wann wieder viel ist super für mich. Für mich ein klasse Rhythmus. Aber immer irgendwas, irgendwas tun. Sonst werde ich dick und dicker und dicker. Weil ich so viel fresse. Ich fresse alles, was da ist. Ich fresse in Verpackungseinheiten. Ich kann nicht sagen, jetzt bin ich satt, jetzt reicht es. Nein. Vergiss es. Wenn einmal der Impuls ausgelöst ist, wird anfangen zu essen, wird alles gegessen, was da ist. Alles, was da ist. Wenn ich grille, und esse. Und man macht ja immer so vier, fünf Würstchen oder ein, zwei Steaks zu viel, wenn Gäste zum Beispiel da sind. Die sind alle weg. Die sind alle bei mir im Bauch. Totale Scheiße. Beim Wegräumen, wenn deine Würstchen noch übrig bleibt, dann schiebe ich mir das noch rein, atme ich es ein, weg ist es. Das ist totaler Rotz. Aber ich kann nicht anders. Ich bin da impulsgescheuert, wie man so schön sagt. Aber dem entgegen zu wirken, das ist die Aufgabe der Sporteinheiten. Hier und da ein bisschen, dann und wann ein bisschen mehr. Dann ist alles gut. Jetzt habe ich viel gelabert. Naja. Ich melde mich gleich wieder. Mittlerweile bei vier Kilometer. Ich weiß gar nicht, ob man das im Video sieht. Schon ziemlich dunkel. Ich glaube, in der Kamera ist es heller. Ja. Ich mache jetzt die fünf noch voll und dann ab auf die Couch. Heute gucke ich nur irgendeine Serie und penne ein. Das wird gut. Aber vorher Sport gemacht. Und wichtig, heute auf der Couch keine Chips oder sowas gefressen. Sondern heute esse ich Skrrr. So ein oller Frischkäse-Joghurt-Fraß. Schmeckt gut. Fraß ist der falsche Begriff. Ja. Also ich mache mal fertig hier. Und melde mich gleich vor der Haustür, wenn ich da bin. Boah, voll am aus. Voll am Röcheln heute hier wieder. Kacke. Muss mal sein. Ja, es ist so dunkel. Oh. So dunkel, dass das Licht jetzt schon angeht. Fünf Kilometer habe ich gemacht. Reicht mir heute aus. Und ich bin froh, jetzt auf der Couch mit Skrrr meine Serie gucken zu können. Irgendeine gucke ich. Mal schauen. Da sind mehrere am Laufen. Runter vom Sofa. Sport machen erst einmal. Das ist angesagt. Ich sage Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportblock. Wir sehen uns.